Die Bambi-Verleihung hat nationale und internationale Prominenz nach Düsseldorf gelockt. Der älteste deutsche Filmpreis wird am Abend in 17 Kategorien vor knapp 1000 geladenen Gästen verliehen. Céline Dion erhält den Bambi als Entertainerin. Noch offen ist, welche deutschen Darsteller und Filme ausgezeichnet werden. Die Gala Bambi 2012 überträgt das erste live ab 20.15 Uhr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. November.